Oida, einmal sehe ich mich noch vor so circa 48 Stunden über diesen ganz, ja, recht lustigen Baby-No-Money-Shorts-Clip über diese, keine Ahnung, TikTok-Imitation, Oida, dieser hier. Ohne zu wissen, was mir binnen den nächsten 24 Stunden geschieht. Scheiße, Oida. So, nun mal so erwähnt, ähm, als Zwartes Video wollte ich eigentlich ein, äh, Videomacher über einen sehr, sehr mysteriösen und über einen sehr, sehr mysteriösen Datenträgermacher mit einer wirklich crazy, crazy Hintergrundgeschichte, wo ich mich wirklich frage, ob das noch ein Zufall ist, aber dann ist mir gestern richtig dumme Scheiße passiert und ich übertreibe sehr gern und in zukünftigen Videos werde ich anders sehr hart überdrehen, aber der Titel ist leider keine Übertreibung. Äh, wie es dazu gekommen ist, konnte ich jetzt gleich mal erläutern. Genau, und zwar war das Ganze gestern, nur mal so erwähnt, ähm, jetzt ist gerade der Jahrzehnte 8, 22 Uhr, 2 Uhr und das war gestern an einem Montag, wo ich Urlaub gehabt habe, also, was schon, Samstag, Sonntag, Montag, three in a row, einfach mal kurz, bis sie verlängertes Wochenende gegönnt, was schon, und ich habe mir gedacht, da mache ich einfach noch ein paar Erledigungen, habe noch ein bisschen Kohle zur Bank gebracht, so einen Sack voll Münzen kurz eingeschmissen und, äh, überweisen lassen und zum Zahnarzt bin ich auch noch kurz und davor habe ich mir schon gedacht, so, mh, ist doch ganz warm, nice ist wieder, schmeißen wir doch schnell, ähm, Bordhausen und Handtuch noch ins Auto mit rein, damit ich vielleicht danach noch kurz in den Fluss springen kann. Die Stei, äh, wo ich eine bin, äh, da war ich schon mal. Also, sie war da zweimal insgesamt, einmal irgendwann und einmal gestern und die Stei ist an sich wirklich mega, mega nice, weil das ist nahe so einer Kaskade, also so einer künstlichen, ähm, Stufe, um den Fluss ein bisschen mit Sauerstoff zu bereichern, das war das erste Mal wirklich richtig nice, also, ihr habt da schon so einen Rettungsring gesehen und mir war schon klar, dass das, äh, eine potenzielle, äh, Todesfalle ist und wie ich, wie da das erste Mal rein bin, ähm, hab ich mich da vorsichtig so ein bisschen herangetastet an die Kaskade und hab mich immer so gut festgehalten an solchen Schienen, waren das, so, so ähnlich wie Bahnschienen, die, wo da so vertikal immer drin steckt sind, um die Kaskade irgendwie zu halten und ich bin dann halt dann immer so Stück für Stück vor und hab mich so selber so hineingetaucht und versenkt, um zu testen, wie das so ist und ich hab den kompletten Kaskadenbereich, den kompletten Fluss einmal komplett durchschwommen und einfach alles ausgecheckt, ob das ja wirklich, wirklich sicher ist und das war's auch und man muss dazu sagen, dass mit diesem Wasser, mit diesem kleinen Wasserfall quasi, äh, mit der Kaskade heute das Wasser so wieder aufgeschäumt wird und das ist quasi wirklich wie so ein kleiner Whirlpool, also muss man sich echt nice vorstellen und wie da das erste Mal drin war, war das Wasser auch noch so mega, mega warm, warm, also so unnormal warm, also wirklich so ungewöhnlich warm und das war wirklich, wirklich wie so ein naturaler Whirlpool, also wirklich crazy, hab ich mein Decken einfach ausgeschmissen auf die nächste Steininsel, die wo da war und ja, hab ich da ein bisschen chillt, genau und das hat mir gedacht, mach ich doch heute wieder, bin ich da wieder hin und hab wieder ein bisschen in der Sonne gechillt und dann bin ich halt irgendwann eine, ich hab aber mein Decken nicht auf die Storinsel ausgeschmissen, weil die Insel war unter Wasser, das heißt der komplette Pegelstand des Wassers war mindestens 30 cm bis einen halben Meter her, also die komplette Insel war nicht mehr zu sehen, ja, hab ich mir jetzt nicht so arg bedenkt, genau, da bin ich halt eine, hab so ein bisschen geplanscht, ja und dann bin ich mal so ein bisschen mittig frontal auf die Kaskade zugeschwommen und wirklich, äh, das waren echt so Haufen Luftblasen, die wo da permanent sind, also wirklich, wie ich schon drei Mal gesagt hab, Whirlpool mäßig, wirklich naturellster Luxus, hab ich jetzt so ein paar lange Züge gemacht, Richtung Mitte der Kaskade und auf einmal hab ich gespannt, dass ich ohne weiteres zutun immer mehr auf diese Kaskade zuzogen wäre und auf einmal war ich nur noch so ein Meter entfernt von diesem Wasserfall quasi und mir war schon klar, Alter, jetzt hat er Spaß auf, weil ich bin dann immer näher gekommen und näher gekommen, weil, ähm, bei der Kaskade, da kämen ja hunderte Liter, hunderte Kilo an Wasser auf einmal runter und ich hab schon gewusst, Alter, jetzt mach ich nochmal einen tiefen Atemzug und dann haben wir auch schon diese Wassermassen, wärmaßen runtergedruckt und, äh, dieser komplette Sog unter Wasser druckt, da hab ich gewusst, Alter, jetzt bin ich gefickt und ich hab versucht, so ein bisschen Richtung der Wand, der Kaskade so runter zum Schwimmer und mir irgendwo festzuhalten, damit die mich irgendwo wieder aufhangeln konnten, quasi an die Schienen oder irgendwo mich festzuhalten zu versuchen und ich hab sogar den Boden erreicht mit den Sternern, aber das Wasser hat mich direkt wieder wegzogen, also diese Strömung war so krass, die hat mich direkt wieder wegzogen, also ich hab die Sterner schon berührt, aber wirklich nur für einen Moment und dann war ich gleich wieder weg. Und dann war das aber mein Glück, dass ich, bis ich dir versucht hab, zu tauchen bis zum Boden, weil ich glaub, äh, dieser, dieser Strudel, diese lebensgefährliche Wasserwalze, ich glaub, da hab ich's geschafft, wirklich ganz, ein bisschen klein runterzudippen und ich glaub, das ist auch, äh, das Geheimnis bei solchen Wasserwalzen zu überleben, dass man die quasi untertauchen muss, versuchen zu untertauchen. Wie ich dann von diesen Steinen wieder weggeschwemmt worden bin, hab ich keinen Halt bei irgendwas gehabt und dann, so zehn Sekunden später oder so, keine Ahnung, hab ich dann so langsam gespürt, wie es ein bisschen luftig wird, wie, wie wieder mehr Luftblasen um meinen Kopf sind und dann hab ich meinen Kopf endlich wieder rausgekriegt und dann war ich auch schon so drei, vier, fünf Meter von, von dieser scheiß Todesfalle entfernt und ich hab meine Crocs da auch gehabt und mein einer Croc war mir schon voraus, dem bin ich ganz schnell hinterher getorkelt, damit der mich nicht, äh, davor düst mit der, mit der, you know, Strömung, hä, und, ja, dann bin ich erst mal wieder zurück ans Ufer und hab mir gedacht, wow, scheiße, Alter, fuck, genau, und mein anderer Croc, der war immer nur im Wasser, also immer nur in der Kaskade, der ist immer wieder eingezogen worden und immer wieder rausgekommen und wieder rein und ich hab kurz darauf an Snap verfasst, wie mies, böse, wie diese Walze gerade eine Zange hat und das Sigma auch den Croc, wie der, wie der immer nur, äh, eine und wieder rauskommt und ihr habt dann locker zehn Minuten, eine Viertelstunde Quarz am Ufer, bis der endlich mal aus Zufall rausgeschwemmt kommt und dann hab ich den Nagel eingesackt, aber, Alter, das hab ich krass unterschätzt, also, da hätte ich echt sterben können. Ja, da hab ich so am eigenen Leibe erfahren, wie wirklich du in zwei Sekunden unter Wasser warst, wirklich die nächsten zehn Sekunden versuchst sinnlos gegen diese Tonnen und Kilos an Wassermasse anzukämpfen, du, du strampelst einfach nur sinnlos rum und das war wirklich mein Glück, dass ich bis zu dir vergangen bin und dann hat mich einfach dieser Strudel, der weiter oben war, einfach, glaub ich, nimmer erwischt und die untere Strömung hat mich dann einfach, glaub ich, da rausgetragen und das war echt mein Glück, weil der Rettungsring, der hängt da nicht umsonst und da ist, glaub ich, schon mal ein Flüchtling umgekommen und ich glaub, das war in der Zeitung, ich bin mir nicht sicher, ob es da war, aber ich bin mir schon sehr sicher und ich hab auch heute in der Zeitung gelesen, dass jemand auch im selben Fluss, Alter, da auch an seinem 43. Geburtstag, ausgerechnet der da auch irgendwie ins Wasser gefallen ist und den haben sie auch nur leblos irgendwann später rausgefischt und an der Isar hat es ja auch noch so ein Drama gegeben mit einem 14-jährigen Bub, der seinem Boy hinterher ist und dann, Dude, der ist auch fort, da haben sie die Suche auch eingestellt und holy shit, da hab ich echt gespannt, wie in zehn Sekunden du sinnlos gegen diese Wasserkräfte ankämpfst, du einfach komplett kraftlos wärst und dir das Wasser einfach permanent in der Reisen hat, Alter, also das war wow, shit, Alter, und ich hab auch da am Ufer gesehen, so ein Holzkreis, das war vielleicht vor dem Flüchtling, ich weiß nicht, da war nicht ein ganz deutscher Name drauf, aber da war ich echt um Haaresbreite verreckt, Alter, also nicht mehr lustig, holy shit, also das war mal eine Lehre und hoffentlich jeden, der das sieht jetzt auch, Alter, das war scheiße, Alter, ich war jetzt nicht mehr da, wo ich jetzt bin, hätte ich nicht so elendigstes Glück gehabt, damn, Alter, damn, und wie gesagt, dass ich da nochmal ein bisschen in tiefere Ebenen gelangt bin, das hat wirklich entschieden, ob ich gestern eine neue Netflix-Serie angefangen habe oder ob einfach bloß ein Ding-Dong kommt, und zwar Polizisten von meiner Haustürstängern und meine Eltern was Tragisches mitteilen müssen, boah, leck mich am Zückerli, Alter, und ich werde diese Schönheit der Natur mit definitiv mehr Achtung genießen, RIP an den Flüchtlingen, RIP an alle anderen, das sind Kräfte, gegen die man nimmer so leicht umkommt, Alter, das ist das Spannste wie in 30 Sekunden Game Over sein kann, fucking Game Over, ja, so war ich gestern am 9. August fast gestorben, ja, naja, habe ich eigentlich schon gar nicht zum Verzeihen, dieses mysteriöse und geheime Datenträger-Video, Alter, das hat noch so einen Plot, Alter, das wäre aber so richtig, richtig geschmackig, Alter, sheesh, Alter, das wäre, uuuh, ja, da, da, da könnt ihr euch auf was freuen, Alter, also das wäre sehr, sehr nice, ja, in dem Sinne, passen sie auf, hauen sie rein, und, ja, bis zum nächsten Video. Don't forget the fish, bitch!